Ihr wächt das Start in den Park. Patrick Gieß, der Wellen-Niederrhein-Morgenmacher. Voll praktisch so ein Elterntaxi. Aber meine Eltern würden mich am liebsten bis vor die Klasse fahren. Wie peinlich ist das denn? Da ist so eine Elternhaltestelle schon cooler. Ja, dann kannst du vor der Schule noch ein bisschen mit deinen Freunden quatschen. Und wenn es mal Probleme gibt, helfen uns die Erwachsenen einfach. Aber das haben wir schon locker im Griff. Unsere Eltern? Manchmal nicht so wirklich. Verkehrschaos vor der Schule? Das muss nicht sein. Elternhaltestellen werden auf Wunsch der Schulen zusammen mit der Polizei und der Stadt Krefeld eingerichtet. Sprechen Sie uns an! Barmabio Chat Sprechen Sie uns nachher ? In stupid